Hallo Leute und willkommen zu einem ganz kurzen Video. Ich möchte euch ganz kurz drei neue Karten aus Premium Gold 3, Infinite Gold, anschauen, das in wenigen Tagen rauskommt, und zwar im März. Cool neue Karten, die ich mit euch kurz anschauen möchte. Ich möchte gerne eure Meinung dazu wissen. Das Set bestellt aus 40 Gold Secret Rares und 60 Gold Rares, für die, die es nicht wissen, ist also ein 100-Karten-Set. Was genau drin ist, weiß man noch nicht so wirklich. Es sind fünf bis sechs Karten momentan schon bekannt. Und drei davon möchte ich gerne mit euch kurz anschauen. Ja, so sieht die Booster-Packung auf. Das finde ich sehr, sehr elegant gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Freue mich schon darauf, die aufzumachen. Und wie gesagt, wir sprechen mal ganz kurz über drei Karten. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der ersten an. Und die finde ich schon hammermäßig. Dass man die in Reprint bringt, coole, coole Sache. Es geht um Cosmo Dark Destroyer, der Cosmo-Dunkelzerstörer. Für die, die die Karte nicht kennen, ich blende sie euch ganz kurz ein. Ähm, ja, ist ein großes Cosmo-Mönsterchen, sage ich jetzt mal. Mit 3000 Angriffspunkten, 1800 Diefens und 8 Sternen. Beschwört wird das Ganze dann meistens über die kleineren Cosmos. Ja. Cosmo aktuell eines der wahrscheinlich besten Decks überhaupt. Einige sagen das Beste. Hm, bin ich mir nicht so sicher. Jedenfalls, die Karte hier ist das, was das Deck unter anderem teuer macht. Die Karte wird dreimal gespielt und der Preis ist aktuell relativ hoch. Ähm, ich habe mal kurz nachgeschaut, so 60 bis 80 Franken. Müsste schon auf den Tisch liegen, bis er eine Dark Destroyer-Karte bekommt. Ähm, wenn sie jetzt einen Reprint bekommt in den Gold Series, dann würde ich sagen, wird der Preis extrem sinken. Und wir sprechen da näher so von, ja, ich sage jetzt mal 20 bis 37 Franken für einen Dark Destroyer, wenn ihr wirklich Cosmo spielen möchtet. Das ist natürlich cool für die Spieler, ist nicht ganz so cool für die Sammler. Verstehe ich, geht mir selbst auch so. Aber, ja, für die Spieler, gerade für die Neuen, ist das natürlich eine super tolle Sache. Ja, Cosmo Dark Destroyer ist die Karte, die ich mit euch anschauen möchte. Die zweite, die kommt so gleich. Das ist die hier. Die Ghost Ogre and Snow Rabbits. Ja, ähm, ich nenne sie gern Yu-Gi-U-Sagi. Ich finde einfach, dass der japanische Name viel, viel besser klingt. Schauen wir uns die doch gleich mal an. So sieht sie aus. Ähm, ja, Tuner-Monster, Nulanggriff, 1800 Defense, Stufe 3. Und mit ihr könnt ihr Monster und, ähm, ja, Monster und Zauberfallenkarten zerstören, die ihre Effekte aktivieren möchten, wenn sie schon offen auf dem Feld liegen. Also beispielsweise Sachen wie, ja, Tanki oder die Monarchen. Coole Sache. Also negiert nicht, aber es zerstört zumindest das Monster. Gut, ähm, bisher als Secret Raten Cross Souls, was natürlich auch den Preis dann ein bisschen erklärt, ähm, die Karte gehört einfach in jedes Side-Deck. Es ist eine coole, coole Karte, geniales Artwork, genialer Name, zumindest im japanischen. Und, ähm, ja, unbedingt eine Side-Deck-Karte, die man unbedingt haben möchte. Was viele davon abhält, sie zu spielen, ist einfach der Preis. Ähm, damit man sie sinnvoll nutzen kann, bräuchte man natürlich wieder mal drei davon. Wie soll es auch anders sein? Und, ja, es ist halt nicht ganz so günstig. Ich sage jetzt 20 bis 40 Franken vor dem Release von der Premium Gold 3. Und ich würde sagen, danach kommen wir so auf den zwar 10 Franken, denke ich mir. Ähm, ja. Reprint, ob Gold Secret oder Gold Rare, ist noch nicht ganz draußen. Ähm, ich halte euch ja natürlich auf dem Laufenden. Falls jemand von euch schon mehr weiß, schreibt es in die Comments rein. Und schreibt mir auch rein, was ihr von der Karte haltet, was ihr von, ähm, ja, meiner Preisvorstellung haltet. Ich hoffe, das kommt etwa hin. Falls ihr das natürlich ganz anders seht, oder sagt ihr, ah, die geht mehr oder die geht weniger. Ja, rein in die Comments damit. Freue ich mich drauf. Letzte Karte, die ich kurz anschauen möchte, ist die hier. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie man das ausspricht. Äh, Divorce Sack. Ähm, The King of Heavy Industries. Das ist eine, ja, ehemalige Preiskarte. Also immer noch eine Preiskarte. Die bekommt ihr beispielsweise auf den Nationals. Habt ihr die in der Zeit lang bekommen. An der YCS gab es die mal. Ähm, ja. Cooles Rang 5 Monster. Kann einmal pro Spielzug ein Xyz-Material von der Karte abhängen. Die obersten drei Karten des Decks des Gegners auf den Friedhof legen. Und falls durch diesen Effekt Monster auf den Friedhof gelegt wurden, könnt ihr Karten des Gegners zerstören, bis zur Anzahl der auf den Friedhof gelegten Monster. Das ist eine richtig coole Karte. Das ist eine richtig starke Karte mit 3200 Angriffspunkten für dieses, ähm, für diesen Rang. Und, ja, wer übrigens weiß, wie man das richtig ausspricht, schreibt es mir mal in die Comments rein. Ich habe keine Ahnung. Darauf freue ich mich persönlich ganz besonders. Ähm, auch hier dem Sammler blutet natürlich wieder das Herz. Denn, ähm, ja, eine Preiskarte ist natürlich cool. Ein Reprint von der Preiskarte, äh, das tut dann weh, wenn man sie sich für teuer Geld gekauft hat. Naja. Ja, das war es eigentlich schon von diesem ganz kurzen Video. Ich möchte gerne noch eure Meinung wissen, auf welche Karte freut ihr euch am meisten in, ähm, Premium Gold 3? Und welche von den drei Karten hier gefällt euch am besten? Schreibt mir die Comments rein. Würde mich riesig freuen. Damit sind wir am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, nicht vergessen, einen Kommentar hier zu lassen. Das Video natürlich bewerten. Das wäre super. Das hilft enorm weiter. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch diesen Kanal. Dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.